Rückenwind kann ich mir schenken, Pflanze kann ich mir auch schenken. Falls er Spotlight macht, ja. Ey, ich habe unendlich viel Deathmix gekürtet und es zieht trotzdem so viel ab, unglaublich. Einfach neunmal getroffen. Ich kacke ab, die Maus ist zu krass, ja die Maus ist zu krass. Ich habe unendlich viel Verteidigung auf der Schildkröte, es hilft einfach nichts. Ey, drück doch einfach wieder Mäuseplage. Ist halt auch wieder so ein No-Brainer, ne. Weg mit dem Vieh, weg mit dem Vieh. Reue Schwede ist ja übel stark in der Sonne, alter Schwede. Alter Schwede, das tut auch weh. Er hat auch Kürtel, lol. Er hat auch Kürtel. Er hat auch Kürtel. Er hat auch Kürtel dienen Funk agradeées, weil ihm alles Gott cup mir 똑같. Aciennen wir uns! Ja. J 팀 ... Schöner Schaden Na, das ist scheiße Oh, schöner Schaden Boah, das ist so scheiße Ich muss das Vieh killen Ganz dringend muss ich das Vieh killen Wenn der jetzt den Abschlag durch Also Ja, ich glaube mit dem Abschlag ist der halt trotzdem gekillt Obwohl ich habe übel viel Death Boah, schwierig Und Evo Leads Ganz, ganz schwierig Kann ich gerade gar nicht einschätzen Bitte, bitte, bitte Oder ganz knapp davor oder so Ah, schön Cäsurius, übel stark Also Eruption ist mir egal Ja Wie wenig Leben der nur noch hatte Schönes Game Das hat mir gefallen Hat mir sehr gefallen Schönes Game Schön, schönes Game Ist ein geiles Team Also ich mag das Sonnenteam echt mega Cäsurius, mega stark Arcani mit Morgengrauen Geiles Team